Wir sehen uns nun gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel die Börse von deinem Wertpapier beliebig ändern kannst. Bitte achte auf die vorgezeigten Schritte sehr genau, damit du am Ende nicht falsche Kurse bekommst. In unserem Beispiel, was ich mitgebracht habe, sehen wir uns die SAP Aktie an. Diese habe ich nun auf der Xetra Börse in diesem Diagramm dargestellt und diese möchte ich nun auf eine andere Börse ändern. Die SAP notiert auf zahlreichen Börsen und daher eignet sich diese Aktie hervorragend für diese Änderung. Zunächst müssen wir auf unsere entsprechende Zelle, wo wir den Ticker bzw. das Wertpapier hinterlegt haben, markieren und als nächsten Schritt einen Rechtsklick durchführen und dort gibt es den Auswahlpunkt Datentyp. Darin gibt es noch einen Unterpunkt und der nennt sich Ändern. Ich wähle diesen aus und sehe, dass die SAP Aktie von der Xetra Börse eingestellt ist. Wenn ich diese ändern möchte auf eine andere Börse, dann kann ich hier rechts oben auf das X klicken und den Ticker SAP nochmals eingeben und habe darin nun viele weitere Notierungsplätze der SAP Aktie. Wie hier zum Beispiel die New York Stock Exchange oder die Toronto Stock Exchange. Hier bin ich mir nicht sicher, ob es sich um die SAP Aktie handelt, aber beispielsweise die Deutsche Börse AG und die Bookerist Stock Exchange, die Warschau Stock Exchange. Das bedeutet, um das nun letztendlich ändern zu wollen, selektiere ich oder treffe ich die Auswahl, hier in unserem Fall die New York Stock Exchange, auf Auswahl und erhalten nun entsprechend die Notierungskurse von diesem Börsenplatz zur SAP. Wie du siehst, lässt sich damit relativ einfach ein Börsenplatz eines Wertpapiers ändern. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!